Erika Löning liebt das Kochen. Diese Rindfleischsuppe ist für den sonntäglichen Gebrauch gedacht, das heißt also ich möchte eine kräftige Brühe haben. Ich habe ein paar Knochen dazu genommen, ich habe nicht Markknochen genommen, aber Knochen, um die Suppe schön kräftig und gehaltvoll zu machen. Ich setze jetzt das Fleisch in kaltem Wasser an, erhitze und gebe eine Zwiebel ungeschält dazu, weil die Zwiebel färbt gleichzeitig die Suppe und ist Geschmackszutat auch noch. In diesen Deckel gebe ich jetzt kaltes Wasser und auf diese Art und Weise möchte ich nachher, dass die Suppe nicht brausend kocht, sondern sie soll lächeln. Ich stelle um, sobald es kocht und dann soll sie zwei Stunden etwa lächeln. Nach zwei Stunden lächeln gibt Erika Löning Möhren, Sellerie und Lauch in die Suppe. Das wird dann noch so eine Dreiviertelstunde mit dem Gemüse zusammen kochen und dann stelle ich die Suppe erstmal nach draußen oder zum Abkühlen und auf diese Art und Weise ruht die Suppe und die Geschmacksstoffe ziehen so richtig in diese Suppe rein. In der Küche gibt Erika Löning die restlichen Zutaten in ihre Rindfleischsuppe. Für diese Jahreszeit ist so eine kräftige Suppe ein gutes Immunmittel für Krankheiten und so. Es ist eine heiße Suppe, man kann sich erwärmen da dran und Kinder mögen gerne die Buchstaben Nudeln da dran. Und das Rindfleisch, was ich jetzt gerade klein geschnitten habe, ist ein mageres Fleisch. Deswegen können wir mit großem Genuss diese Suppe jetzt essen und uns gut munnen lassen. Die Suppe schmeckt nicht nur lecker, sondern ist auch gesund, gerade im Winter. Sie soll vor Erkältungen schützen und die Abwehrkräfte stärken. So, da müssen wir mal gucken, ob du ein Haar findest, ne? Nee, da muss ich nicht. Vorsicht. Erikas Rindfleischsuppe mit Eierstich, Gemüse und Buchstabennudeln schmeckt im Familienkreis gleich doppelt so gut. Das ist ein kleines Löffel. Oh ja. So. So.